Wenn du möglichst versuchst, an den Pylonen vorbeizufahren, ja. Ach, die sind zum dran vorbeifahren! Ciao! So, let's fetch! So, let's go! 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 Bei der Traktion hier, musst du hier mal den E30 fahren, dann weisst du, wovon Traktionsproblem ist. Hahaha, ja, okay... Uh! Das ging halt gut. Aber jetzt, oh, die haben sich anders abgesteckt hier ein bisschen, aber geht. Diese Mini-Hütchen da, die seht man doch gar nicht. Ja, das sind jetzt scharfe Kurven wieder hier, wie heute Morgen zum Drangehöhnen. Lass mal mal ein bisschen Abstand. Irgendwie sind gerade zwei oder drei mehr in der Gruppe. Der war voll bei den Simis. Okay. Äh, nicht Simis, bei den, wie heißen die? Advanced. Ja, dieser Opel, der zieht ein, der sinkt weg. Das ist Wahnsinn. Ich mag den Opel. Ja. Morgen wieder sinkt. Kürzt der der ab? Die Sau. Ist klar, dass der schneller ist. Oh, ich kann ja. Das haben sie vorher mit den Elisen auch gemacht. Da ist die Mark 1 halt immer, halt überhaupt gekürzt. Machst du jetzt Video oder Foto? Ich filmen. Ah, mit den Ton? Ja. Oh, verdammt. Boah, das kommt schon irgendwie. Es ist so warm. So, jetzt Getriebe wieder abkühlen lassen. Krieg sind schon mal schön. Abswohl. Das war's.